Die Sonne im Blackout im Fahnsinn Auch Lüsten hat man da gesehen Auf WC-Hacken gibt es schon Sachen Probiert in Städtlnüge gut zu machen Wir fühlen uns ein bisschen betrogen Das Lüsten ist durchstecken, doch längst zogen Applaus 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 Dann gehen wir zum Geschenk. Das ist der Nuss. Hier gibt es jeden Tag noch einen Atemschluss. Vegetarisch ist nicht ich, wie ein Böhm hätt's tierisch drin, bekanntisch wichtig und geracht. Die anderen sind fiese Schlecken, der muss schon bald sein Gott vergessen, der Klöpfer draussen bei der Raucher fressen. Der Minu meint, ob kalt, ob warm. Er hat die Wurst gekürt in die Arme. Die können wir rutschen, aber wir haben keine Helge gemolnt. Sie bilden, die kommt schon immer weg.